Ich verbeuge mich vor allen Suchern der Wahrheit. Zu Beginn muss ich sagen, dass die Wahrheit das, was sie ist. Sie können es nicht ändern, Sie können es nicht transformieren. Sie können es nicht verändern, Sie können es nicht verändern. Es ist, es ist, es ist, es wird das Gleiche sein. Sie ist, sie war und sie wird immer das Gleiche sein. Was auch immer ich Ihnen heute Abend sage, Sie sollen es nicht blindlings akzeptieren. Wir hatten bereits große Probleme durch diesen blinden Glauben. Wir hatten bereits große Probleme durch diesen blinden Glauben. Sie sollten einen offenen Verstand haben wie ein Wissenschaftler und diese Rede als eine Hypothese annehmen. Aber wenn es bewiesen wird, dann sollten Sie es als ehrliche Leute annehmen. Denn es ist für Ihre Wohlergehen. Es ist für die Wohlergehen Ihrer Lande. Es ist für die Wohlergehen der ganzen Welt. Die Wahrheit ist, dass Sie nicht dieser Körper, dieser Geist, diese Emotionen, die Intelligenz, das Ego oder Ihre Konditionen sind. Die Wahrheit ist, dass Sie weder dieser Körper, noch dieser Verstand, noch diese Intelligenz, noch diese Emotionen, noch dieses Ego, noch diese Konditionierungen sind, sondern dass Sie der reine Geist sind. Wir sehen die schönen Blumen um uns, sie sind tatsächlich ein Wunder. Und wir nehmen das als selbstverständlich an. Wenn wir einen Doktor fragen, wer unser Herz bewegt, wird er sagen, es ist das autonome Nervensystem. Aber wer ist dieses Auto? Das können Sie nicht beantworten. Und wer vollbringt all diese lebendige Arbeit? Wer hat unsere Evolution vorangetrieben? Es gibt keine Antwort. Die zweite Wahrheit ist, dass es eine allesdurchdringende Kraft der göttlichen Liebe gibt. Es ist eine subtile Energie, die all diese lebendige Arbeit vollbringt. Jetzt, wenn wir uns nicht über das hinausentwickeln, was wir heute sind, ist es nicht möglich, mit dieser menschen Bewusstsein zu fühlen, die Existenz dieser allpervallenden Kraft. So lange wir uns nicht über das hinausentwickeln, was wir momentan sind, können wir mit diesem menschlichen Bewusstsein diese allesdurchdringende Kraft nicht wahrnehmen. Und wenn Sie diesen Aufstieg haben, dann müssen Sie nur einen puren Wunsch dafür haben. Der puren Wunsch ist ein Wunsch von unserem mundanen Wunsch sehr verschieden. Nach den Gesetzen der Ökonomie sind Wünsche generell nicht zu stillen. Heute wollen wir ein Haus, dann ein Auto, dann ein Helikopter. Es geht so weiter. Aber der puren Wunsch, von dem Sie nicht wissen, ist das, dass Sie sich überwinden wollen und diese Union mit diesem allpervallenden Kraft fühlen, ist der, sich zu entwickeln und die Vereinigung mit dieser allesdurchdringenden Kraft zu erlangen. Diese göttliche Kraft zu spüren, diese göttliche Kraft zu spüren, in Vereinigung mit ihr zu sein, das ist das Yoga, das spirituelle Yoga. Sahaja heißt angeboren, eingeboren. Sahaja heißt angeboren, eingeboren. Ist das Recht, diese Union, dieses Yoga zu erlangen? Also, die Zeit ist jetzt für uns alle gekommen, dieses Recht anzuwenden. Wenn die Kundalini dann aus dem Os Sacrum wie ein Keim aufsteigt, dann durchdringt sie sechs Energiezentren. Die meisten der globalen Probleme kommen aus den Menschen. Und die meisten der menschlichen Probleme kommen aus ihren Zentren. und die meisten menschlichen Probleme entstehen in ihren Energiezentren. Von irgendeiner Chance, von irgendeiner Methode, wenn wir diese Zentren verbessern können, alle unsere physischen, mentalen, emotionalen und spirituellen Probleme werden geschlossen. Es ist ein Fakt, dass durch Sahaja Yoga viele Krankheiten geheilt wurden. Krebs und auch viele unheilbare Krankheiten geheilt wurden. Es ist Ihre eigene Kraft. Es ist Ihre Mutter, die darauf gewartet hat, Ihnen Ihre Wiedergeburt zu geben. Es ist Ihre Mutter, die darauf gewartet hat, Ihnen Ihre Wiedergeburt zu geben. Also, wenn Sie sagen, Sie sind wiedergeboren, Sie müssen mit diesen Kräften haben. Beispielsweise in der Sanskrit-Language ein Vogel als Dvijjaha und eine realisierte Sohle, also Dvijjaha, das bedeutet, zweimal geboren. Das bedeutet, Sie werden vollkommen transformiert, physisch, mental, emotional und spirituell. Körperlich, geistig, in Ihren Emotionen und spirituell. Wenn diese Kundalini aufsteigt und sie durch das Siebte-Centrum wird einer mit diesem all-pervadingen, subtilen Kraft. Sie werden auch subtler. Auf Ihren Fingern starten Sie Ihre Zentren. Und wenn Sie wissen, wie Sie Ihre Zentren korrigieren, dann sind Sie alles klar. Probleme sind geschlossen. Und wenn Sie dann wissen, wie Sie Ihre Energiezentren korrigieren können, dann sind Sie in Ordnung, dann gibt es keine Probleme mehr. Aber Sie können auch die Zentren der anderen spüren. Es ist so, wie wenn der Mikrokosmos zum Makrokosmos wird. Es ist so, wie wenn der Mikrokosmos zum Makrokosmos wird. Es klingt fantastisch. Aber Sie wissen nicht, wie glorreich Sie sind, wie fantastisch Sie sind. Sie kennen sich überhaupt nicht. Sie haben keine Wissen um Ihr inneres Wesen. Manchmal fühlen Sie sich frustriert, wie wenn Sie keine Identität hätten. Aber wenn Sie diese all-pervadingen Kraft anfangen, dann verstehen Sie, dass Sie viele Kräfte haben. Sie können sich selbst heilen, Sie können andere heilen. Sie können andere Kundalini aufheben und ihnen die Realisation geben. Wenn die Kundalini in diese Partie kommt, dann erleuchtet sie in Sie Ihre Religion, die in Ihnen eingeboren ist. Wenn die Kundalini in diese Partie kommt, dann erleuchtet sie in Sie Ihre Religion, die in Ihnen eingeboren ist. Wenn die Kundalini diesen grünen Bereich hier erreicht, dann erleuchtet sie die Religion, die in Ihnen eingeboren ist. Das heißt, Sie werden Recht schaffen. Wie Menschen, die sind, sie sind vielleicht Christen, Hindus, Muslime, irgendetwas, es ist nur eine Marke, sie können irgendwelche Schulden machen, die wollen. Sie können irgendwelche Schulden machen. Aber nachdem dies geschieht, werden Sie wirklich recht schaffenden Menschen. Aber nachdem dies geschieht, werden Sie wirklich recht schaffenden Menschen. Christ hat es in dem zweiten Kapitel von Matthäus beschrieben. Christ hat es in dem zweiten Kapitel von Matthäus beschrieben. Christ hat es in dem zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums beschrieben. Er sagt, Du sollst keine ehebrecherischen Augen haben. Das bedeutet, unschuldige Augen, ohne Angst, ohne Lust in dem Augen. und ohne Gier. Eigentlich werden Ihre Augen tatsächlich so. Die Unschuld kann nicht verloren gehen. Sie wird mit Wolken verbreitet, wegen ihrer falschen Handlungen, aber sie kann nicht verloren gehen. sie kann niemals zerstört werden. Sie kann nicht zerstört werden. Und Sie werden so machtvoll, dass sogar ein Blick von so einer Person eine wunderschöne, friedliche Atmosphäre kreieren. dann, wenn Ihr Geist in Ihre Aufmerksamkeit kommt, dann erkennen Sie die absolute Wahrheit. Über alles. Wenn Sie zehn Kinder haben, die realisierte Seelen sind, und sie ihre Augen abziehen, und sie fragen, was ist mit diesem Mann? nicht in Ordnung ist. Und alle Kinder sagen, Sie nehmen einen Finger aus. Sie sagen, diesen Finger, angenommen, diesen Finger. Sie fragen, Sie haben Herzprobleme? Sie sagen, natürlich, aber wie wissen Sie das? Sie bekommen die Diagnose auf Ihren Fingerspitzen. Sie können sagen, was ist mit Ihnen falsch, was ist mit anderen falsch, und Sie sprechen die Sprache von Zentren, Chakras. Absoluter Wahrheit heißt, dass jeder die gleiche Wahrheit sieht. Wir als Menschen haben die Freiheit, so zu denken, wie wir wollen. Also denkt einer so, und einer so, und ein anderer so. Und das schafft Probleme. Einige denken, sie sind richtig, andere denken, sie sind richtig, etwas denken, das ist das beste, und sie kämpfen. Wenn Sie die absolute Wahrheit wissen, gibt es keine Frage der Kampf, der Krieg, natürlich keine Krieg. Jetzt gibt es Sahaja Yoga bereits in 65 Nationen. Jetzt gibt es Sahaja Yoga bereits in 65 Nationen. Und ich habe nicht gesehen, selbst wenn es 5.000 zusammen sind, aus verschiedenen Ländern, immer kämpfen, beruhigen, sogar mit einem schlechten Wort. Sie genießen einfach einander. Die Familien in Sahaja Yoga sind wirklich excellente Familien. und so viele realisierte Seelen werden in ihnen geboren. Es ist eine neue Rasse von Engeln, das ich fühle. ich fühle, das ist eine neue Rasse von Engeln. Für all das brauchen Sie keinen Groschen zu bezahlen. Es ist ein lebendiger Vorgang. Wenn wir ein Samen in die Mutter Erde setzen, wie viel zahlen wir die Erde dafür? Sie sprießt den Samen, weil der Samen den gebrauchten Mechanismus um zu sprießen und die Mutter Erde hat die Kraft, um sie zu sprießen. Das erste, was wir wissen müssen, ist, dass Sie für Ihre Spiritualität nicht bezahlen können. Ich weiß, es gibt viele, die versucht, überall auf der Welt zu verursachen, aber sie sind jetzt meistens auszubeuten. mittlerweile sind sie fast alle bloßgestellt worden. Ich würde sagen, es war Ihr Fehler, denn wie viel haben Sie denn Christus bezahlt? Ich würde sagen, es war Ihr Fehler, denn wie viel haben Sie denn Christus bezahlt? Ich würde sagen, es war Ihr Fehler, denn wie viel haben Sie denn Christus bezahlt? Jetzt muss man verstehen, dass ich von der göttlichen Liebe spreche. Sie sprechen alle von der Liebe, okay, aber es ist das Tatsächliche dieser göttlichen Liebe. Es ist das Tatsächliche, das wichtig ist. Es ist das, wozu man wird, was wichtig ist. Nicht nur einfach darüber zu sprechen. Es wurde bereits so viel gesprochen, wir sind dieses, wir sind jenes. Also, Sie werden extrem dynamisch mit dieser Kraft, und gleichzeitig extrem kompassioniert. Sie müssen sich nicht darum bemühen, Sie müssen nicht denken, Sie werden einfach einfach zur Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit arbeitet einfach. Dann ist es eine andere Sache, dass wir über die Vergangenheit und das Vergangenheit denken, etwas anderes ist, dass wir über die Vergangenheit und über die Zukunft nachdenken. Der Gedanke steigt auf und fällt ab, ein weiterer Gedanke steigt auf und fällt ab, und wir springen von der Spitze einer dieser Welle zur nächsten. Wir können nicht in der Gegenwart sein, welche die Realität ist. Die Gegenwart ist die Realität. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft existiert nicht. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft existiert nicht. Wenn die Kundalini aufstärkt, erweitert sie diese Gedanken und sie in dem Zentrum erweitert sie, wo es eine komplette, glaubwürdige Bewusstsein gibt. Wenn die Kundalini aufstärkt, erweitert sie den Abstand zwischen den Gedanken und etabliert einen Raum dazwischen, der Raum des gedankenfreien Bewusstseins. Und spirituell wachsen Sie in dieser glaubwürdigen Bewusstsein, in dem wir in Sanskrit nirvichara samadhi nennen, wachsen Sie spirituell. Der zweite Zustand, den wir nirvikalpa samadhi nennen, bedeutet, wachwürdige Bewusstsein. Wenn Sie zu Ihrem eigenen Meister werden, denn im Licht des Geistes wissen Sie, was die Wahrheit ist, denn im Licht des Geistes wissen Sie, was die Wahrheit ist, was für Sie destruktiv ist und was für Sie konstruktiv ist. Und Sie lassen alles das bleiben, was destruktiv ist. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, machen Sie das nicht oder das nicht. Wenn ich das sagen würde, würde die Hälfte der Leute den Saal verlassen. Es ist so, wie wenn ich angenommen eine Schlange in der Hand habe, und ich bin sehr dickköpfig, und es herrscht Dunkelheit. Und jemand sagt, dass es eine Schlange in Ihrer Hand ist, ich sage, nein, es ist ein Seil. Und bis der Schlange mich beißt, werde ich sagen, es ist ein Seil. Aber wenn es wenig Licht ist, werde ich die Schlange sofort fahren lassen. Niemand muss es sagen. Das ist so, dass Ihre Aufmerksamkeit erläutert wird. Und Sie werden eine sehr weise und gesunde Person. Und dann verstehen Sie Ihren Wert. Ihre Identität. Und dann wissen Sie, dass Sie zum Instrument dieser göttlichen Liebe geworden sind. Es ist eine reine Liebe. Es ist eine reine Liebe. Wie ein Saft, die in einem Baum aufzunehmen, er gibt, was für jeden Teil des Baumes braucht, für jeden Teil des Baumes. Und letztendlich evaporiert. Aber angenommen, er liebt nur eine Blüte, er bindet sich an sie. Dann wird der Baum sterben und die Blüte wird auch sterben. Also kommt diese innere Loslösung von innen. Es ist nicht, diese Kleidung zu tragen, oder zu schämen, das ist nicht notwendig. Es ist ein innerer Vorgang. Es ist ein innerer Vorgang. Sie müssen keine Familie aufzunehmen, Sie müssen keine Arbeit aufzunehmen, Sie müssen absolut normal sein. Aber wenn Sie gedankenfrei bewusst werden, wird sich der Frieden in Ihnen festgestellt. Ich kenne viele Menschen, die Friedenspreise bekommen haben, dieses und dieses. Sie haben keine Friedenspreise. Ich weiß nicht, wie sie es bekommen haben. Aber ich weiß nicht, wie sie dazu gekommen sind, denn sie haben keinen Frieden in sich. Eigentlich, die meisten von ihnen sind sehr hot tempered. Wenn Sie sie erreichen müssen, müssen Sie irgendwie einen Barschpol nehmen. Sie entdecken den Frieden in sich. Sie entdecken den Frieden in sich. Und dann wird die ganze Welt wie ein Drama. Sie entdecken von Ihren Problemen und sie sehen sicherlich. Es ist so, wie wenn Sie im Wasser stehen, Sie sind Angst vor den Wellen. Aber wenn Sie ins Boot kommen, Sie können die Wellen sehen. Sie können hineinspringen und viele andere retten. Das ist so, wie Sahaja Yoga funktioniert. Ihre Aufmerksamkeit kann zu allen Grenzen gehen. Ihr könnt wissen, ob jeder, tot oder tot, in jedem Land, oder in einem anderen Land. Wenn wir Fernsehen sehen, wissen wir etwas vom Äther. Aber ich spreche über den subtilen Äther, der so effizient ist, der so schnell ist, der so schnell ist, der so aktiv ist, und der so liebend ist. Sie finden Ihr Leben so gnadenvoll. Menschen schreiben mir über die Wunder, die sie erlebt haben. Ich habe jemanden gebeten, sie zu sammeln. Und in einem Monat, er hat mir gesagt, sie sind auf meine Kopf gekommen, jetzt, was mache ich denn? die Briefe werden ihm über den Kopf gewachsen. Sie sagten, sie haben besser es ausgeschlagen, Mutter. Ich habe keinen Zeitpunkt. Alles klar, vergiss es. und er sagte, ich soll mich darum kümmern, und ich sagte, ich habe dazu keine Zeit, vergiss es. Dann werden Sie sehen, wie ruhmreich Sie sind. Dann werden Sie sehen, wie ruhmreich Sie sind. Welche großartige Sache Sie sind. Welche großartige Sache Sie sind. Jetzt sind Sie die Spitze der Evolution. Jetzt sind Sie die Spitze der Evolution. Noch ein bisschen mehr, und Sie sind dort im Königreich Gottes. Absolut beschützt und geliebt. Die Zeit ist gekommen, es ist eine besondere Zeit. Ich nenne es die Blossom-Zeit. In den indischen Prophezeiungen haben sie diese Zeit sehr klar beschrieben, dass so viele Seelen heiraten werden und sie werden in der Bevölkerung erhöht werden. in den alten indischen Prophezeiungen wurde diese Zeit vorhergesagt, und es wurde gesagt, dass zu dieser Zeit so viele Seelen wiedergeboren werden, dass es einen Bevölkerungszuwachs geben wird. Und sie werden sich selbst finden, sie werden das Selbstkenntnis erlangen. Es ist nicht so, dass das Körper aus der Krippe kommen, nach 500 Jahren, nach 500 Jahren. Die Muslime glauben das, die Christen glauben das, die Jews glauben das, ich denke, da ist etwas falsch. Es ist die Seele, die wiedergeboren werden wird. vor allem, ihr springt in den Ozean der Freude. Die Freude ist einzigartig. die Freude ist eins. Wenn unser Ego ist glücklich, sind wir glücklich. Wenn es verletzt wird, sind wir unglücklich. so bewegen wir uns immer fort, zwischen Glück und Unglück, Glück und Unglück. Aber Freude ist eine Erfahrung, zu der es keine Alternative gibt. Aber Freude ist eine Erfahrung, zu der es keine Alternative gibt. Sie können alles genießen. Und Sie können Lösungen für alles finden. Heute, wie es ist, Sie wissen, ist die Welt heute in einen Zustand des Schocks geraten. Sie sprechen über die Kinder verbreiten, die Kinder töten. Ich meine, unglaubliche Dinge passieren. Aber zu dieser Zeit wird erwähnt, dass Sie die Wahrheit suchen, und Sie finden sie. Aber es wurde vorhergesagt, dass Sie zu dieser Zeit die Wahrheit suchen, und Sie finden sie. Ich muss Ihnen sagen, dass Sie nicht aufzwingen, ich kann es nicht aufzwingen, ich kann es nicht aufzwingen, ich respektiere Ihre Freiheit. Die Erfahrung ist nicht mental, sie ist außerhalb des Mentalen. Also, wenn Sie nicht haben wollen, den Saal, dann sollten Sie besser den Saal verlassen. Aber es ist Ihr Recht, es zu erlangen, wenn Sie es wünschen. In dieser kurzen Rede kann ich Ihnen nicht alles darüber erzählen. Sie müssen auch reden, zu reden, ist auch eine mentale Akrobatik. Also, es wird kaum zehn Minuten dauern, bis Sie Ihre Selbstverwirklichung bekommen haben. Also, die, die Sie nicht erhalten wollen, den Saal bitte verlassen. Es gibt drei Bedingungen. Es gibt drei Bedingungen. Die erste ist, dass Sie absolut selbstverwirklichung sein müssen, dass Sie Ihre Selbstverwirklichung bekommen werden. das bedeutet, Sie sollten sich selbst für nichts verurteilen. Sie sollten sich nicht schuldig fühlen. Sie sollten sich überhaupt nicht schuldig fühlen, das in der Vergangenheit geschehen ist. In diesem Moment ist das Vergangenheit schon vorbei. Wenn Sie sich schuldig fühlen, dann blockiert dieses Energiezentrum. Und Sie bekommen eine Krankheit, die an Angina genannt haben, auch Spondylitis, und auch lethargische Organe. Und man kann verschiedene Krankheiten bekommen, wie zum Beispiel Angina, oder Wirbelsäulenverkrümmungen, oder lethargische Organe. Es ist eine Mode, sich schuldig zu fühlen. Ich meine, einige Menschen fühlen sich schuldig für ihre Vorfahren, einige fühlen sich schuldig für ihre Vorfahren, einige fühlen sich schuldig für die Rwanda. Sie können diese Dinge nicht helfen. Manche fühlen sich schuldig für das, was ihre Vorfahren getan haben, manche für das, was in Rwanda passiert. Es ist ein Mythos. Es ist wichtig, dass Sie sich in diesem Augenblick nicht schuldig fühlen. Es ist wichtig, dass Sie sich in diesem Augenblick nicht schuldig fühlen. Denn die Kundalini wird dann an diesem Energiezentrum stehen bleiben. Denn die Kundalini wird dann an diesem Energiezentrum stehen bleiben. Sie haben sich all das Leben tut. Und jetzt, in diesem wichtigen Moment, Sie sollten nicht schuldig fühlen, damit die Kundalini nicht aufsteigen, und Sie haben Ihre Selbstverwirklichung gebraucht. Sie sollten sich in diesem Augenblick nicht schuldig fühlen, und Sie haben Ihre Selbstverwirklichung nicht gebraucht. Sie sollten sich in diesem Augenblick nicht schuldig fühlen, und Sie haben sich in diesem Augenblick nicht gebraucht. Sie sollten sich in diesem Augenblick nicht schuldig fühlen. So wie ich Sie liebe, Sie sollten sich selbst lieben. Das ist alles, was ich möchte. Die zweite Bedingung ist, dass Sie jeder Mann ganz im Allgemeinen verzeihen sollen. Das bedeutet, dass Sie nicht einmal darüber nachdenken sollen, wem Sie verzeihen müssen. Denn das macht nur Kopfweh. Logisch, ob Sie verzeihen oder nicht verzeihen, Sie tun nichts dabei. Es ist ein Mythos. Aber wenn Sie nicht verzeihen, dann spielen Sie sich in falschen Händen. Und das Zentrum des optischen Chalismas ist so, konstruktiv. bei den Sehnerven wird dann beengt. In diesem Moment, wenn Sie nicht verzeihen, dann kann es sich nicht öffnen. Und Sie verpassen Ihre Gelegenheit, so eine wichtige Sache, die Selbstverwirklichung. Also verzeihen Sie bitte, ganz im Allgemeinen. Also verzeihen Sie bitte, ganz im Allgemeinen. Nun, die dritte Bedingung ist, dass Sie bitte Ihre Schuhe ausziehen. denn diese Mutter Erde hilft uns. Viele Leute lieben manchmal die dritte Kondition. In England, zum ersten Mal, als ich sie zuerst gebeten habe, Ihre Schuhe auszuziehen, verließ die Hälfte der Leute den Saal. Sehr ernsthaft. Oh mein Gott, meine Schuhe auszuziehen. Es ist okay. Es ist okay. Es ist okay. zuerst sollen Sie sehen, was wir tun werden. Er muss Ihnen gesagt haben, dass wir zwei Kanäle, links und rechts, die sich gegenseitig sind, aber sie sind komplementär. sie kümmern sich um die sympathische Nervensysteme, links und rechts. Also die links ist für die Kraft des Wunschens, von welchem wir wir wollen, das mundanische Wunsch. Und mit der rechts haben wir die Kraft der Aktion. Sie müssen also Ihre Füße mit etwas Abstand parallel auf den Boden stellen. Und Sie legen Ihre linken Hand auf Ihren linken Oberschenkel wie so, sehr entspannt. mit der Handfläche nach oben. Das ist suggestive und symbolisch von Ihrem Wunsch, die Selbstverwirklichung zu erlangen. Wir benutzen unsere rechte Hand für die Aktion. Bitte sitze. Es gibt noch genug Sitzplätze oder kommen Sie hier nach vorne. Sie sollten bitte alle sitzen, bitte. Sie sollten bequem sitzen. Sie sollten bequem sitzen. in den Himalaya gehen, stehen auf Ihrem Kopf, sich den Kopf rasieren, nichts anderes. Sie sollten bequem sitzen. Also, jetzt legen Sie Ihre rechte Hand auf das Herz. Im Herzen residiert der Geist. Wenn Sie zum Geist werden, dann werden Sie auch auf Ihrem eigenen Meister, Ihrem eigenen Führer. Nun, legen Sie Ihre rechte Hand auf die linke obere Seite des Bauches. Wir arbeiten nur auf der linken Seite. Hier ist das Zentrum Ihrer Meisterschaft. Hier ist das Zentrum Ihrer Meisterschaft. Die Meisterschaft über sich selbst und die Meisterschaft über das reine göttliche Wissen wurde durch große Propheten und Seher geschaffen. Und es soll erleuchtet werden. Jetzt legen Sie bitte die rechte Hand auf die linke Leistengegend. Überraschenderweise liegt hier das Zentrum für das reine göttliche Wissen. Jetzt legen Sie bitte Ihre rechte Hand auf die linke Seite des Bauches. Dann auf Ihr Herz. Dann legen Sie sie auf den linken Halsansatz und drehen Sie den Kopf nach rechts. Ah, es ist da. Das bedeutet, Sie fühlen sich schuldig. Bitte fühlen Sie sich nicht schuldig. Nun, nehmen Sie Ihre rechte Hand auf die linke Seite des Bauches, und legen Sie Ihre Kopf nach vorne. Das ist das Zentrum, bei dem Sie um Verzeihung oder allen verzeihen sollen. In general, ohne darüber nachzudenken, ganz im Allgemeinen. Jetzt legen Sie die rechte Hand auf den Hinterkopf und drücken Sie den Kopf so fest wie möglich. Das ist das Zentrum, bei dem Sie ohne sich schuldig zu fühlen, ohne Ihre Fehler zu zählen, für Ihre eigene Befriedigung, müssen Sie die Verzeihung von der all-pervillenden Kraft des divines Liebes. Nun, das letzte Zentrum ist sehr wichtig, strecken Sie Ihre Finger fest aus. Nun, legen Sie das Zentrum Ihrer Handfläche auf die Fontanelle, die eine leichte Handfläche in Ihrer Kindheit war. auf den Scheitel, wo es einmal einen weichen Knorpel gab, als Sie kleine Kinder waren. Nun, drücken Sie Ihre Finger, das ist sehr wichtig, damit es eine gute Druck auf Ihren Kopf gibt. Nun, beugen Sie Ihre Kopf, und drehen Sie Ihre Kopf, langsam, 16, Siebenmal. Siebenmal, siebenmal. Blockweise. Bewegen Sie die Kopfhaut siebenmal im Uhrzeigersinn. Ja. Das ist alles, was Sie tun müssen. Aber bitte, die Finger fest auszuspreizen. Siebenmal. Siebenmal, 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 dass Sie beide Hände aus dem anderen sind, und die lefte Hand auf der leften Läne. schließen. Siebenmal, 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 und Siebenmal, 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 Sie können mich Shri Mataji oder Mutter nennen. Bitte sagen Sie drei Mal, Mutter, bin ich der Spirit? Sagen Sie es in Ihrem Herzen. Sagen Sie, bin ich der reine Geist? Wie ich Ihnen schon sagte, wenn Sie der Spirit sind, werden Sie Ihren eigenen Geist, Ihren eigenen Meister. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, wenn Sie zum reinen Geist werden, dann werden Sie zu Ihrem eigenen Meister, Ihrem eigenen Führer. Also jetzt bitte, lege ich Ihre rechte Hand in die oberen Teil Ihres Abdomen auf der linken Seite, und hier Sie fragen Sie eine weitere grundlegende Frage über Sie selbst, drei Mal in Ihrem Herzen. Mutter, bin ich mein eigener Meister? und stellen Sie eine weitere sehr wichtige Frage über sich selbst. Stellen Sie die Frage in Ihrem Herzen. Shri Mataji, bin ich mein eigener Meister? Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich Ihre Freiheit respektiere, und ich kann keine Selbstrealisation oder pure, divine Wissen aufzwingen. Sie müssen darum bitten. Also, Sie müssen darum bitten. So, jetzt bitte, Sie haben Ihre rechte Hand in der hohen Teil Ihres Abdomen und fragen Sie sechs Mal, denn dieses Zentrum hat sechs Blütenblätter. Mutter, bitte gib mir das reine göttliche Wissen. Dann beginnt der Kundalini aufwärts zu steigen und durch die anderen Energiezentren zu dringen. Sobald Sie um das reine göttliche Wissen bitten, beginnt die Kundalini aufwärts zu steigen und durch die anderen Energiezentren zu dringen. und wir müssen daher mit unserem vollen Selbstvertrauen diese Energiezentren unterstützen. Jetzt legen Sie also bitte Ihre rechte Hand auf die linke Seite des Bauches. Hier müssen Sie mit vollem Selbstvertrauen sagen, zehnmal sagen, Mutter, ich bin mein eigener Master. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie nicht dieser Körper, dieser Geist, diese Emotionen, diese Intelligenz, diese Konditionen und das Ego, aber Sie sind der puren Spirit. Ich habe Ihnen bereits zu Beginn gesagt, dass Sie weder dieser Körper noch dieser Geist und das Selbstvertrauen zehnmal sagen, noch diese Emotionen, noch dieser Intellekt, noch dieses Ego oder dieses Super-Ego sind, sondern der reine Geist. So legen Sie also bitte Ihre rechte Hand auf das Herz und sagen wieder mit vollem Selbstvertrauen und sagen mit vollem Selbstvertrauen und sagen mit vollem Selbstvertrauen und sagen mit vollem Selbstvertrauen Diese allesdurchdringende Göttliche Kraft ist der Ozean der Gnade, ist der Ozean der Barmherzigkeit und ist der Ozean der Liebe. Aber vor allem ist es der Ozean des Verzeihens. So, was auch immer für Fehler Sie begangen haben, diese Ozean der Verzeihens aufgelöst werden, können Sie in diesem Moment sehr leicht werden, diese Ozean der Verzeihens aufgelöst werden. Also bitte verzeihen Sie sich selbst. Also legen Sie jetzt bitte Ihre rechte Hand auf den linken Halsansatz und drehen den Kopf nach rechts. Hier müssen Sie 16 Mal sagen, Mutter, ich bin überhaupt nicht schuldig. Sie sagen es mit vollem Selbstvertrauen. Ich habe Ihnen bereits gesagt, ob Sie verzeihen oder nicht verzeihen, Sie tun nichts dabei. Es ist ein Myth. Aber Sie spielen in falschen Händen und sich selbst tortieren. An diesem Moment, wenn Sie nicht verzeihen, das Zentrum der Agnya wird nicht öffnen und das Kundalini wird nicht aufgelöst werden. Also bitte, bitte verzeihen Sie. Verzeihen Sie allen in general. Wenn Sie also in diesem Augenblick nicht verzeihen, dann kann dieses Zentrum sich nicht öffnen. Also bitte, verzeihen Sie. Und zwar indem Sie Ihre rechte Hand quer über die Stirne legen und den Kopf nach vorne beugen. Und hier sagen Sie, Mutter, ich verzeihe jeder Mann ganz im Allgemeinen. Jetzt, ohne sich schuldig zu fühlen, ohne Ihre Fehler zu zählen, um Ihre Befriedigung zu verzeihen, Sie müssen jetzt die alles durchdringende göttliche Kraft um Verzeihung bitten, Sie müssen jetzt die alles durchdringende göttliche Kraft um Verzeihung bitten. Also bitte, lege Ihre rechte Hand auf den Hinterkopf und drücken Sie den Kopf nach hinten. Hier müssen Sie sagen, O Divine Power, bitte verzeihen Sie mich, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe, wunderschön oder nicht wunderschön. Bitte sagen Sie es in Ihrem Herzen, nicht so viele Mal. Oh, du göttliche Kraft, was auch immer ich falsch gemacht habe, wissentlich oder unwissentlich, bitte verzeih mir. Jetzt das letzte Zentrum. Ihr müsst ihr vollständig rechnen, das Zentrum des Hauses auf der Hauptsache und das Zentrum des Hauses auf der Hauptsache zur Hand was sie legt. Sie legen jetzt bitte Ihre Finger und legen das Zentrum der Handflächen auf die Fontanelle, auf den Scheitel. Hier wiederum, ich kann nicht die Selbstverwirkung auf Sie aufheben. Sie müssen daher bitten. Jetzt wiederum, Siebenmal auf Ihre Kopfhaut legen, siebenmal auf Ihre Kopfhaut legen und sie bewegen. Siebenmal sagen, Mutter, bitte geben Sie mir meine Selbstrealisation. Sie müssen sich umdrehen. Und sagen Sie, Mutter, Mutter, gib mir meine Selbstverwirklichung. Spreizen Sie Ihre Finger zurück und bewegen Sie die Kopfhaut im Uhrzeigersinn. Bitte beugen Sie Ihre Kopfhauten, beugen Sie Ihre Kopfhauten. Jetzt. Geben Sie Ihre Hände, und bitte öffnen Ihre Augen langsam. Drehen Sie beide Hände zu mir, und sehen Sie mich ohne zu denken. Nun, drehen Sie die righte Hände zu mir, und drehen Sie die lefte Hände auf der fontanelle und drehen Sie sich um die rechte Hände zu mir. Sehen Sie sich um die rechte Hände zu mir, wenn es eine kräfte Hände gibt, die aus Ihrer eigenen fontanelle zu kommen. Bitte strecken Sie Ihre linke Hand zu mir. Jetzt strecken Sie bitte Ihre linke Hand zu mir. Und jetzt sehen Sie mit der rechten Hände, ob Sie eine kühle oder eine heiße Brise wie Vibrationen aus Ihrer eigenen fontanelle betreten. Wenn es heiß ist, heißt es, Sie haben nicht vergeben. Bitte verzeihen Sie also, bitte verzeihen Sie also, Jetzt noch einmal mit der rechten Hand, beugen Sie den Kopf nach vorne. Bitte beugen Sie den Kopf nach vorne. Jetzt strecken Sie beide Hände zum Himmel und beugen den Kopf zurück. Jetzt strecken Sie bitte beide Hände zum Himmel und beugen den Kopf zurück. Hier müssen Sie eine dieser drei Fragen stellen, und jetzt sollen Sie eine dieser drei Fragen dreimal stellen. Die erste Frage ist, Mutter, ist das die kühle Brise des Heiligen Geistes? Die zweite Frage ist, Mutter, ist das die all pervade-Von der Heiligen Geistes? Die zweite ist, Mutter, ist das die allesdurchdringende Kraft der göttlichen Liebe? Ist das das Ruh? Die dritte ist, Mutter, ist das der Paramachaitanya? Stellen Sie eine dieser drei Fragen dreimal. Jetzt nehmen Sie Ihre Hände. Bitte, strecken Sie Ihre Hände zu mir. Bitte, strecken Sie Ihre Hände zu mir. All those, who have felt the cool breeze on the fingertips or on the palm or through their fontanel bone area, cool breeze or hot breeze, raise both your hands. Sie, die die kühle Brise oder auch eine heiße Brise entweder auf Ihren Fingern oder auf Ihren Handflächen oder über dem Scheitel gespürt haben, sollen bitte beide Hände heben. Gott möge Sie segnen. Sie sind jetzt alle zu Heiligen geworden. Ich verbeuge mich vor Ihnen. Jetzt beachten Sie Ihre Selbstverwirklichung. Sie müssen noch immer wachsen. Wir müssen verstehen, dass das ein kollektiver Prozess ist. Sie können es nicht alleine machen. Sie müssen also zum Kollektiv kommen. Natürlich müssen Sie nicht für nichts bezahlen. Aber Sie müssen etwas Zeit, etwas Wichtigkeit Ihrer Selbstverwirklichung schenken. Also legen Sie Wert darauf, zur Kollektivität zu kommen. Sehr überraschend. Sie kennen mich nicht. Ich bin kein Austerischer. Aber wenn ich komme, sind immer die Städte voll. Aber wenn ich weggehe, sind sie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum, wenn ich komme. Ich bin auch nicht Österreicher und niemand kennt mich. Dann sind die Seele immer voll. Und wenn ich weggehe, dann kommen die Leute nicht mehr. Nur in Russland habe ich gesehen, die Leute sind sehr tief. Sie sind sehr tief. Sie sind sehr tief. Sehr tief. Sobald sie die Selbstverwirklichung erlangt haben, nehmen sie sich darum an. Es ist sehr überraschend. Also ich muss Ihnen eine Verpflichtung machen, dass Sie wissen, dass Sie alles so leicht haben, Sie müssen es so leicht werden. wachsen. Sie müssen das ganze Wissen erlangen. Sie müssen das ganze Wissen erlangen. Sie müssen das ganze Wissen erlangen. Ich muss nur in der englischen Sprache sprechen, zumindest in der englischen Sprache. Es müssen 4.000, 5.000 Reden sein. Es müssen 4.000, 5.000 Reden sein. Aber sie sind nur in der englischen Sprache. Sie müssen nur in der englischen Sprache wissen, was Sie sind und es zu erleben. Sahaja Yoga ist eine Erfahrung. Auf Sanskrit haben wir eine Begriffe, die sich als Buddha oder Vida genannt haben. Das bedeutet, dass man die Wahrheit auf seinem zentralen Nervensystem erkennen kann. Von Buddha kommt das Wort Buddha, von Vida kommt das Wort Veda, Veda. Von Buddha kommt das Wort Buddha, und von Vida kommt das Begriff die Veden. Also, dieses Wissen ist Ihr eigenes. Es war der alte Schatz, aber jetzt ist es für alle von uns. Also, bitte, versuchen Sie zu verstehen, die Wichtigkeit Ihres Wesens zu verstehen. Ich komme immer wieder nach einem Jahr, und ich hoffe, Sie alle wieder zu sehen. Gott segne Sie. Applaus Ich danke Ihnen sehr. Gott segne Sie. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus